Bhagavad-Gita, Vers 3.12 Die Halbgötter, die für die verschiedenen Notwendigkeiten des Lebens verantwortlich sind, versorgen den Menschen mit allem, was er braucht, wenn sie durch Yagyas, Opfer, zufriedengestellt sind. Wer jedoch diese Gaben genießt, ohne sie zuvor den Halbgöttern als Opfer darzubringen, ist gewiss ein Dieb. Erklärung Die Halbgötter sind autorisierte Bevollmächtigte, die im Auftrag des höchsten persönlichen Gottes Vishnu für die Versorgung zuständig sind. Deshalb müssen sie durch Darbringung der vorgeschriebenen Yagyas zufriedengestellt werden. In den Veden werden verschiedene Alten von Yagyas für verschiedene Halbgötter vorgeschrieben, doch alle Opfer werden letzten Endes dem höchsten persönlichen Gott dargebracht. Einem Menschen, der den persönlichen Gott nicht verstehen kann, werden Opfer zu den Halbgöttern empfohlen. Den verschiedenen materiellen Erscheinungsweisen der Menschen entsprechend werden in den Veden verschiedene Arten von Yagyas empfohlen. In welcher Weise die verschiedenen Halbgötter verehrt werden, richtet sich ebenfalls nach den unterschiedlichen Erscheinungsweisen. Zum Beispiel wird den Fleischessern empfohlen, die Göttin Kali, die grausame Erscheinungsform der Material Natur, zu verehren und ihr Tieropfer darzubringen. Denen aber, die sich in der Erscheinungsweise der Reinheit befinden, wird die transzentale Verehrung Vishnus empfohlen. Letztlich jedoch sind alle Yagyas dazu bestimmt, den Menschen allmählich auf die transzentale Ebene zu erheben. Für gewöhnliche Menschen sind mindestens fünf Yagyas notwendig. Sie sind als Pancha-Maha-Yagya bekannt. Man sollte wissen, dass alle Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft von den Beauftragten des Herrn, den Halbgöttern, befriedigt werden. Niemand kann irgendetwas selbst herstellen. Nehmen wir zum Beispiel all die Nahrungsmittel der menschlichen Gesellschaft. Weder die Nahrung der Menschen in der Erscheinungsweise der Reinheit, wie Getreide, Früchte, Gemüse, Milch, Zucker und so weiter, noch die Nahrung der Nicht-Vegetarier, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch oder Eier, kann von Menschen hergestellt werden. Oder nehmen wir zum Beispiel Wärme, Licht, Wasser und Luft, die ebenfalls zum Leben notwendig sind. Nichts davon kann von der menschlichen Gesellschaft produziert werden. Ohne den höchsten Herrn kann es kein Sonnenlicht, kein Mondlicht, keinen Regen und keinen Wind geben, ohne die man nicht leben kann. Offensichtlich hängt unser Leben von der Versorgung durch den Herrn ab. Selbst für unsere Fabriken benötigen wir viele Rohmaterialien wie Metall, Schwefel, Quecksilber, Mangan und eine Menge anderer unentbehrlicher Dinge, die uns von den Beauftragten des Herrn zur Verfügung gestellt werden, damit wir richtigen Gebrauch davon machen, um uns in einer gesunden Verfassung zu halten, sodass wir Fortschritt auf dem Pfad der Selbstverwirklichung machen können. Denn nur Selbstverwirklichung führt zum endgültigen Ziel des Lebens, zur Befreiung vom materiellen Kampf ums Dasein. Dieses Ziel des Lebens wird erreicht, wenn man Yagyas ausführt, Wenn wir den Sinn des menschlichen Lebens vergessen und uns von den Beauftragten des Herrn nur für die Befriedigung unserer Sinne versorgen lassen und dadurch immer mehr in die materielle Existenz verstrickt werden, was nicht das Ziel des menschlichen Lebens ist, werden wir ohne Zweifel zu Dieben und werden daher von den Gesetzen der materiellen Natur bestraft. Eine Gesellschaft von Dieben kann niemals glücklich sein, denn sie hat kein Ziel im Leben. Die grob materialistischen Diebe kennen kein endgültiges Lebensziel. Ihr Interesse gilt einzig und allein der Befriedigung ihrer Sinne. Sie wissen nicht das Geringste über die Darbringung von Yagyas. Sri Chaitanya jedoch führte den einfachsten Yagya ein, den Sankirtan-Yagya. Der von jedem, der die Prinzipien des Krishna-Bewusstseins akzeptiert, ausgeführt werden kann.